Hallo Freunde der Spielkultur! Letztes Mal haben wir diesen Geister-Hype-Sieg und heute möchte ich hier alle Juwelen mir holen. Und dazu fangen wir mal hier an. Hier gibt es glaube ich noch zwei. Ich habe noch was mit dir vor. Und dann gehen wir in ein paar andere. Schaut so geil aus. Okay, jetzt kommt nochmal der Geist. Komm doch her! Gekommen! 1, 2, 3. Komm 1, weil sie 120 haben und nicht mehr 100. Ja komm bleib da! Komm! 2, nächstes Juwel! Okay, noch mehr. Aber auf jeden Fall mal... Hm, jetzt ziehe was hier den Ingel. Okay. Perfekt. Da muss da hier auch was sein. Irgendwie... Wahrscheinlich ist hier ein Schatz vergraben oder irgendetwas. Okay, okay, alle Ei. Was muss hier weg? Ah, hier ist der Schatz. Warten wir gleich mal auf. Was haben wir hier? Ein Juweli vielleicht? Ja, perfekt. Gut. Perfekt. Oh, wow. Uh... Da haben wir das Juwelier schon. Hoffe ich halt. Es könnte theoretisch hier noch eins sein, aber... Das wäre hier. Aha. Das hier. Hm. Geh weg. Hm. Franz ist ab hier in West-East. Hm. 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 Oh, das ist ein Schießen. Das ist ein Schießen. Dann nehmen wir das mal. Dann schießen wir halt diese Kuh runter. Es könnte sein, dass hier was drin ist. Hm. Ah. Was war denn noch? Oh. Oh. Wow. Wow. Hm. Oh. Oh. Ja. Mühm. Oh. Mühm. Oh. 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 Hm. Oh. Hm. 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 Oh, 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 oh. Stolte Kanonakur. gefällt es nämlich auch okay Gut. Hmm. Hmm. Ich habe mich wirklich irgendwo. Ja. Oh. 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 Ja, das war der Trick dahinter. Wir haben einen Schatz gefunden. Da fehlt uns Nummer 1. Da fehlt uns Nummer 1. Wisset ihr was? Ich geh mal zurück in die anderen Etagen, da weiß ich es. Hm. Okay, gehen wir wieder rein? Ich glaube, gehen wir mal. Für eines fehlt noch und hier ist sicher nichts mehr. Hm. So lange mache ich jetzt schon herum? Zwölf Minuten. Ja. Ich merke das noch. Okay, noch mal rüber. Okay, noch mal rüber. Okay, hier ist der letzte. Gut. Zwei nebeneinander ist schon ein bisschen komisch. Hm. Gut. Dann gehen wir in die nächsten Etagen. Und dann beim nächsten Mal. Ja, schauen wir mal, was ich beim nächsten Mal mache. Aber hier ist wahrscheinlich dann die, die ganzen... Man, die Juwelen kriegen wir jetzt alle, weil... Schätze ich halt mal. Schätze ich halt mal. Dann raus und zum Lift einmal den Tod zum Lift bringen. Na gut. Na gut. Na gut. Tschüss. Und der Lift ist wieder da. Okay. Und sie wird langsam böse. είναι. Wie! Chacun spielt meinل. Ein nur Bannes war aufgesch birthdays. Es hat eine kleine Banne gegeben, aber die Situation ist unter Kontrolle. Wirklich, wir werden Luigi schon bald gefangen haben. Ich bräuchte allerdings etwas mehr Zeit. Okay. Ja. Und ihr macht es das noch mehr böse. Ja, ein bisschen wieder was von mir. Die Toads sind jetzt allesamt gerettet. Fehlen nur noch Prinzessin Peach und Mario. Wohin sind die wohl gebracht worden? Du wirst es herausfinden. Wir sind dem Ziel ein guter Stück näher, Luigi. Äh, was er nicht sagt. Ich mein, ich weiß das eh. Gut, dann gehen wir weiter runter. Erstmal den Knopf. Jetzt wird immer die 13 eingesetzt. Meine persönliche Glückszahl. Nein, Spaß, aber... Nummer 2, verdammt. Das alles in einem Tag, weil ich gerade richtig Bock habe aufs Game. Welt der Wunder... Museum, Museum von Michael. Eine Pyramide machen wir mal, dann Welt der Wunder. Heute ist mein Juwelenjagd-Tag. Also sagen wir mal so. Oh, das geht sich aus, weil ich weiß nicht schon, wo die Sachen sind. Ja, ich lebe das Spiel so sehr. Müsste ich ja nur an die Buhu... Ne, ne, ja. Fahre. Ich weiß das, ja. Staub gesagt haben, haben sie da ja auch ewig nicht mehr. Ja, sicher war das hier. Ne, doch nicht. Ah, die Schlange. Ha, gut, das war irgendwie logisch. Weil immer, wenn irgendwas ganz falsch ist... Oder irgendwas fehlt, scheinlich... Ah, die Mocki ist ja auch geil. Die Musik passt extrem gut immer zum... Zu den, ähm, einzelnen Räumen. Nein. Ich will hier auch noch. Äh. Und die Schlange lebt wieder. Ah, hier kommt das... Nächste. Wobei, ich bin schon wirklich gespannt, was die 13 ist. Und dann die vierte und dann die fünfte. Äh, hä. Zwei noch. Und die letzten zwei sind unten in den... In der Kammer. Ich finde das Gebiet echt geil. Das Wüstengebiet ist echt gut designed geworden. Rundet mit mir. Mach mal mal. Dann beruh in der Nähe. Oh. Was ist denn das? Stopp. Ah, dreifach. Ein Geist. Nimm doch das, mein Freund. Und nochmal. Und wir haben den Kristall. Ah, den Jus. Das ist ja weh. Eins fehlt uns jetzt noch. Hier. Oh, hier. Oh, hier. 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 Nein, ich schreck mich von dir nicht. Komm doch her, komm, nimm, nimm doch das, haha, die Geister mag ich nicht, echt, na gut, ein Jubil haben wir da ja schon gefunden, aber man sollte wirklich alles. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo hier, ach 30.000 habe ich auch schon, aber dann habe ich wirklich keine Ahnung, wo hier die, hier fängt sie zum, hier rein vielleicht. Ja, hier drin war er, haha, gut, dann haben wir dich mal gefunden. Hm. Oh. 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 Wow. Wow. Oh, wow. Wow. Oh, wow. um hier ist er nicht mehr hier ist er nicht mehr hier ist er nicht mehr wieder raus gegangen oder was ist hier falsch die Musik ist wieder normal hier wird es weniger aber hier müssen wir rein wo ist das Ding wo ist denn das Ding hier drinnen aber das muss man ja auch wissen das hat wirklich wirklich alles genauestens Perfekt wir haben alle Juwelen hier und die Geister ich dachte es mir ja Mumie es ist so cool diese Animation also sogar ein Goldgeist hier drinnen einmal zweimal dreimal viermal fünfmal sechsmal siehmal mal alles gold einsamer von dir komm oh Gott bleib doch da ich tu das doch nicht ich will dich nur eins saugen bam 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 perfekt na gut dann können wir hier eigentlich verschwinden ja der Geist der Buhu wäre noch nicht schlecht wenn ich ehrlich bin tschüss tschüss nö kein Bock auf euch die Buhus wäre ich einfach extra aber hier in der Nähe ist er ist er geflüchtet hier hoch oh ja komm luigi rein oh jetzt werde ich schnell perfekt da schnaube weg luigi das ist nicht so cool als ob luigi da schon was machen die Reiter hier was ist denn hier los die volle party ja komm bam 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 なるほど da boll nö noch halt hier Schweine Hen gua hier raus der 3 auf einmal so mal das sieht der Typ nicht perfekt okay lauter Geister wenn man wieder hergeht na die Musik ist cool jetzt müssen wir nur noch in das Wunder irgendwas klar okay 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 da herkommen und ich drücke einfach auf den Lift die interessiert mich gerade gar nicht aber da sitzen ja drüben auch noch welche oder 11 Welt der Wunder das ist cool gut la 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 eine Welt brauchen wir noch dann wenn wir die aufnahme ja schade wo war das ist so schnell ach ja weiß schon wieder weiß schon wieder hier hoch ich weiß schon wieder wo ich hin muss jetzt ist ja einfach jetzt ist ja einfach aber vorher oder besser gesagt nachdem bevor man die ja lass mich doch entschreden auf wiedersehen ihr fragt mich eh nicht und wir haben hier alle juwelen und ich sag nur noch wenn ich euch dieses video ein bisschen weiter geholfen hat dann lasst mir bitte ein abo da und schaut beim nächsten mal wieder rein und bis zum nächsten mal ciao